Hi, dieses Video ist besonders wichtig für dich, wenn du einen Online-Shop hast, mit dem du auch wirklich Geld verdienen willst. Es gibt ganz viele Online-Shops. Immer wieder passiert es, dass Kunden oder potenzielle Kunden zu uns kommen, die haben Online-Shops, die kein Geld verdienen. Und sehr oft liegt das natürlich am Online-Shop selbst oder am Mitbewerb. In ganz vielen Fällen denken aber die Menschen, dass sie keinen funktionierenden Shop haben, weil sie komplett falsche Erwartungen an ihren Shop haben. Und die wichtigste Kennzahl aus unserer Sicht ist die Conversion-Rate in einem Webshop. Das heißt ganz einfach, wie viele Menschen müssen deinen Webshop besuchen, um ein Produkt zu verkaufen. Das heißt, damit du einen Verkauf machst, wie viele Menschen brauchst du auf deiner Webseite. Was schätzt du, wie hoch im Schnitt die Zahl ungefähr ist? Also im Schnitt wissen wir, wir brauchen ungefähr 100 Besucher für einen einfachen Webshop, damit ein Verkauf stattfindet. Das heißt, wir haben 100 Besucher auf der Webseite und von denen kauft leider nur einer. Wenn man das dividiert, dann bekommt man die sogenannte Conversion-Rate und die liegt in dem Fall bei einem Prozent. Sehr oft passiert es, dass sich bei uns Menschen melden, die erwarten eigentlich so etwas wie in einem physischen Geschäft. Also in einem physischen Geschäft geht die Tür auf, da kommen Leute rein und die kaufen einfach. Und ich kenne das selbst von mir. Ich hatte früher einmal ein Fahrradgeschäft und hatte dort für Räder eine Abschlussquote von ungefähr 50 Prozent. Das heißt, wenn zwei Menschen bei der Tür reingekommen sind, hat einer davon ein Rad gekauft. Und das habe ich lange Zeit für eine gute Conversion-Rate gehalten und habe auch gedacht, ich kann das irgendwie so in andere Branchen mitnehmen. Und habe dann feststellen müssen, das funktioniert nur dort so gut. Und im Laufe meiner Marketing-Ausbildung bin ich dann draufgekommen, dass der Hintergrund davon eigentlich ein ganz anderer ist. Nämlich das, was auf deinem Online-Shop passiert. Da kommen auch Menschen hin, die ganz, ganz früh in ihrer Customer-Journey sind. Die Customer-Journey, was ist das? Das ist die Reise, die wir als Menschen durchmachen. Von dem Moment weg, an dem wir merken, wir haben ein Problem, bis zu dem Moment, an dem wir kaufen. Und das kann schon einige Zeit dauern und das kann auch bedeuten, dass jemand sehr oft auf eine Webseite zurückkommen muss, um endlich einzukaufen. Und der Unterschied zum physischen Geschäft ist, dort haben die Leute ihre Reise schon hinter sich und gehen dann tatsächlich das Produkt kaufen. Das heißt, in einem physischen Shop wirst du immer eine bessere Conversion-Rate haben, als in einem Online-Shop. In besseren Online-Shops, bei Kunden von uns, mit denen wir schon länger arbeiten, schaffen wir es, dass diese Conversion-Rate auch leicht über drei oder vier Prozent steigt. Aber das erfordert eine Menge Arbeit und eine Menge Optimierung. Nicht nur auf dem Webshop selbst, sondern auch in der Art, wie wir die Menschen hinbringen. Aber das Ziel ist immer, diese Zahl, diese Kennzahl zu erhöhen. Weil dann kann ich mit Gleichfühlen-Besuchern mehr Abschlüsse machen. Ganz einfach. Wenn die Conversion-Rate zwei Prozent ist und ich habe 100 Leute auf der Seite, kaufen zwei ein. Ganz simpel erklärt. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich einfach bei uns. Ich erkläre dir das gerne noch im Detail oder wie du das für deinen Shop einsetzen kannst. Viel Erfolg!